Ja, sehr geil gemacht, ähm, dieses Bundesliga-Design hier, ähm, Bundesliga-Sound, äh, ich find's geil, ich find's auch geil, dass YouTube da nichts claimt, weil es ist ja halt im Spiel drin, was will man da machen, ich glaub FIFA 12, FIFA 13, FIFA 14, irgendeins hat da dann auch mal bei der Champions League eine Hymne drin. Ich glaub FIFA 13 war's, das war zwar nicht die Champions League Hymne, so, wir spielen hier, geile Tabelle, EA, geil gemacht, haha, okay, Hannover 12, aber der Vergleich, ähm, zwischen den Mannschaften, der fehlte, so, Alaba, wieder Stamm, als Stammspieler dabei, Lira Sané heute mal auf der Bank, einfach nur um den Uldi, Franck Ribéry, mal wieder von Anfang an ein bisschen Bundesliga-Luft zu geben. Ja, und Kimmich! Und, there is no problem for Manuel Neuer. Ribéry. Schön von Thomas Müller, den muss er machen, 1-0 Bayern, neunte Saisontor, Thomas Müller. Also, das war richtig gut. Schön, dass er mal trifft, normalerweise brauche ich ja mal mehr als eine Torschance. Ja, die Fans jubeln hier, guter Einstand. Und, zu Hause müssen wir die Spiele jetzt gewinnen. Ich meine, ich hätte theoretisch da auch mit Lewandowski spielen können. Ja, aber Modell Lewandowski läuft ja beim FC Bayern aus, nicht nur hier in der Trainerkarriere, sondern natürlich auch im Real Life. Der hört auf meine Worte, Lewandowski, das ist nicht mehr lange Bayerns Stürmer Nummer 1. Das kann ich mir schwer vorstellen. So, also weiter geht's. So, Robben macht mit. Ganz stark Kimmich. Schade. So, Goretzka. Kann schießen. Kann er besser. So, mit, 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 mit. Also, Hannover ist hier nicht so ein Gegner wie Gladbach. Merkt man sofort. Robben. Ribéry. Wo ist der Ball? Irgendwie ins Haus. Oh. Also, nicht, dass ich hier wieder so viele Chancen verdaddle. Gegen Gladbach hätte ich ja mit Ribéry auch den Deckel drauf machen müssen. Dann wäre das ein schöner, ganz einfacher Dreier geworden. Okay. Einfach spielen. Also, man sieht's gleich Hannover ohne viel Ideen gerade hier in der Anfangsphase. Ah, das wär's gewesen, wenn er da, so, Goretzka auch ganz stark, Ribéry. Also, Spiel voll und ganz im Griff. Abseits wahrscheinlich Lewandowski. Auch das passiert leider öfter mit der Robat. Ja, Jan-Fiete Arp ist natürlich die Frage, wie schnell kann er sich da entwickeln? Ist er überhaupt in der Lage, Bayerns Stürmer Nummer 1 zu werden? Wir werden es erfahren. In wenigen Jahren. Ganz stark auf Lewandowski. Weiß er selbst, weiß ich auch, das Ding hätte reingemusst. Ohne, wenn und Gelaber. Da legt er sich da einfach im Weg und ich komm da nicht dran vorbei. Abseits. Also, hier ein 2-0 und dann bin ich durchaus bereit, in der zweiten Halbzeit mal den Götze zu bringen. Oh, nur auf Mann. So, Ribéry, hat ein bisschen Platz. Hummels. Okay, jetzt ist gerade so der Wurm drin hier bei mir im Passspiel. Wuhu. Also, so einfach kommt man gegen den FC Bayern aktuell zu einer Ausgleichschance. Nehme ich das Spiel zu leicht? Ich weiß es nicht. Das ist natürlich auch eine Frage des Einsatzes jetzt in solchen Situationen. Oh, weia. Ja. So, noch ist ja keine A-Zeit hier. Also, jetzt den Ball nach vorne prügeln bringt auch nichts. Hannover auf einmal ganz, ganz stark im Spiel drin. So, Lewandowski versteckt sich vorne. Es gelingt auch gerade überhaupt nichts. Ich wollte ihn gar nicht. Also, es geht hier hin und her. Ja, und mehr habe ich gerade nicht zu bieten. Halbzeit. Also, gut angefangen. Und jetzt am Ende dann entweder Hannover besser geworden, Hannover besser ins Spiel kommen lassen. Oder ich habe einfach, ähm, abgebaut. Ja, vielleicht auch eine Mischung aus irgendwie zwei, drei Kombinationen. Oh. Ich werde nicht zur Halbzeit wechseln. Ich werde da mal abwarten jetzt. Wie hier der Start in die zweite Halbzeit läuft. Wie hier der Start in die zweite Halbzeit läuft. Aus dem Stadion raus hier. Okay, zu viel klein, klein. Eigentlich spielen die viel hoch und so. Weil eigentlich habe ich das von der Abwehr ja ganz gut im Griff. Eckball. Gut, die Flanke von Müller wäre jetzt auch nicht so der Hammer gewesen. Eckball, Robben. Hummels. Ja, versuchen wir es. Der Mats Hummels hat auf jeden Fall nicht den Killerschuss. Oh, nee, gar nicht wahr. So hieß das gar nicht. Tigerschuss. Von Kichurui, nee, Kuchiru Hyuga. Aus den, äh, von den tollen Superstars. Kennt den jemand von euch noch? Mit Zubasa und Zora. So, Harnik gegen Goretzka. Und Boateng passt auf. Hummels Junge. Glück gehabt. Ganz stark auf Lewandowski, aber der Torwart spielt mit. Oh, Alaba ist aber nicht der, äh, Schlüpferkönig. Boah, warum geht Lewandowski nicht zum Ball? Also, es sind gerade viele, viele Kleinigkeiten hier, die im Großen und Ganzen eigentlich dafür sorgen, dass hier keine richtigen Torschancen zustande kommen. Und Thomas Müller. Och, und Lewandowski rutscht auch vorbei. Puh, also Müller nochmal mit einem Solo-Versuch. Ähm, ja, natürlich, wenn man schon einen Sané hat. Oh, bitte. So wollte ich das. Sané. Hm. Ich hab ja gesagt, ich lass den Götze mal spielen. Dort kriegt er die Chance. Und James Rodriguez kommt für Vidal. Damit wir anstatt Vidal, anstatt der Kampfwurst nochmal ein bisschen mehr Kreativität ins Spiel bekommen. Leroy Sané und Robben mit rechts. Es ist nicht zu glauben hier, dass hier kein zweites Tor fallen will. Nein! Da pfeift er den, die alte Pfeife. Sané, der ist frisch. Nein! Oh, Götze gewinnt den Zweikampf. Das ist natürlich für den Jungen ganz, ganz wichtig. Götze gewinnt den Zweikampf. Und das ist für den Jungen ganz wichtig. Das ist für den Jungen ganz wichtig. Und das ist für den Jungen ganz wichtig. So, noch knapp eine Viertelstunde, ich meine das Spiel ist im Griff, aber wir wissen es ja, es reicht eine gute Möglichkeit des Gegners. Wurde ein nicht sauber gespielter, der musste so oder so. Sané. Oh, Leroy Sané setzt sich hier gut durch. James-Rodriguez kriegt den Ball nicht hinter die Linie. Oh, Foul gegen Felix Götze. Sané, Junge, Junge, Junge. Sané, nein. Also die spielt gar nicht so viel über Felix Götze. Also da wäre sie fast gewesen, diese Chance. So, auf Robben. Setzt sich gut durch. Ein Robben. Kimmich muss. Muss nicht. Äh, was war das? So, Felix. Gegen Harnik. Und Neuer. Und Leroy Sané kommt hier wieder. Sané, nein, Junge. Was mache ich denn? Immerhin drei Punkte in diesem Spiel hier. Ich fasse es nicht, wie eng das auch war. Teil, also, naja, okay. Äh, was? Nein, das war überhaupt nicht eng hier. Dass ich das zweite Ding nicht gemacht habe. Wenn man dir das 1-0 so locker und easy drüber geflutscht ist. Pfosten von Ribéry. Fehlschuss. Vidal steht da. 59% Ballsitz. 5-1 Schüsse aufs Tor. Also das 1-0 ist für Hannover sehr, sehr schmeichelhaft. Bam. Muss man ja mal so festhalten. Ja. So, wir können hier wieder... Oh, guck mal, ging es zeltig. Ähm, so, ich fange hier mal neu an. So, und wir haben ja Sané. Logisch, solange der da sein Häkchen hat, nehme ich den mit rein. So, ähm... Tolisso... Ich müsste gleich mal in der Jugend gucken. Da können... Ja, Felix Götze. Gut, ich nehme Felix Götze mit. So, dann haben wir... Innenverteidiger... LV Friedl. Torhüter. Früchtl. Na? So, ist, äh... Ah, verletzt. Duarte ist 16. So, Pantovic ist keiner. Wen haben wir noch in der Jugend? Alle schon 16. Guck mal hier, der Neumann. Oha, guck mal. Brandt, ZOM. So, Innenverteidiger... Außenverteidiger. Ah, Friedl auch gar nicht so schlecht eigentlich, ne? So, und dann nochmal Sané, würde ich nehmen. Nehmen wir denn da nochmal... Ja, hier. Alles simulieren! Also, ich muss mir da durchaus mal... In der Jugendmannschaft... Muss mich da mal umschauen, wer denn da auf jeden Fall... Das Zeug hat. Pressekonferenz machen wir schon mal mit hier. FC Bayern motivieren, das ist ja einfach, das ist wie immer. Felix Götze, danke für die Chance, sagt er. Ja, Felix. So, beim nächsten Mal geht's an dieser Stelle weiter. Da spielen wir gegen Celtic in der Champions League. Ähm... Oha! Ja, ich meine, ich bin mit Menuh weiter. Ich brauche einen Sieg, damit ich auf Platz 1 bleibe. Äh... Top-Torjäger ist Lewandowski vor Grießmann im Moment. Also, nicht der Thomas Müller. Wir sehen uns im nächsten Spiel. Tschau, tschüss und auf Wiedersehen!